Der Text hat noch nicht drüber nachgedacht, aber ich fange einfach mal an. Ich sitze vor einem Atomau, mein Joghurt ist hier vor mir, ich gucke auf die Uhr, es ist gleich vier. Ich habe den guten Käse aus der Region und den Kaffee dazu besucht, für mich lief wohl. Ich gucke auf die Straßen, die Autos fahren dann hier vorbei und auf dem Spielplatz gehen, die machen Kinder tausend zu zweit. Und das ist richtig, ich bin ein Zigaretten. Ich puste im Raum zwei große Kreise aus, ich rausche länger, aber das... Alter, hatte ich schon mal drauf. Ich bin jetzt umgestiegen auf Zigaretten, drehen in der Normale, aber man tut es nicht so gut und, naja, irgendwann ist es für die Natur zu spät. Immer wenn ich es für will, ist so ein Zister. Ich gucke zurück auf die Straßen und gerne kommt ein Kumpel, ich rufe rein, kein. Sie ist da rein, er steht ja gar nicht vor, wenn ich um die Stunden zu begreifen. Immer aus einer Klappaschäbe von Fahrrad unterwegs, die einfach immer und immer wieder zerlegt und sich dann beschert. Und naja, ich bin vor der Zeit, dass einer gesagt hat, du was, ich hab schon wieder einen angreifen. Wo kommt die denn dann eigentlich hin? Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Werden wir verbrannt? Was haben wir noch in der Fischung sagen? Wir haben gehalten uns kurz, überdies und jenes gedacht, was in der Welt nicht stimmt. Und ich frage ihn, willst du den Drinken? Er sagt, ja, nur Cola. Er weiß. Er sagt, wir haben nur 50 Cola. Er sagt, ja, ich weiß. Er weiß, wie man hier viel war. Boah, Alter. Das ist nicht so süß, ich kann nicht mal. Boah, fuck. So. Die Frau ging jetzt weiter ran, ein bisschen nicht normal. Und er sagt, ich muss gleich noch mal ran. Er fährt und ich gehe und wicke meine Brötchen in ein paar Kassen. Aber die haben mir keine Ahnung vorgegeben. Ich muss halt nur noch eine einzige Papiertüche machen. Weil dann ist er frisch. Ich steige in mein Auto, fahre auf die Straße. Und ruhe da. Wie immer, es ist einfach so seit jeher. Und ich denke mir, ja. Und dann kommt schon. Nach Hose sitzt noch mal 600 Meter. Die Tür hat angekommen. Ich setze mich vor meinem PC und gehe. Und die Leiter kann es nicht jetzt in der Regel liegen bleiben. Und ich frage mich, was ist das denn? Wir verkleinern uns auch einen logischen Fußabdruck. So sollte jeder abgeben, dass es heute ein Muss. Ich habe Flachfüße und Fügel zu stehen, will ich? Das soll das gehen. Aber ich habe gar nichts darüber nachgedacht. Ich glaube, das muss niemand verstehen. Und ich habe mir erst mal ein Stück gekauft. Zwar als Stoff. Denn für Leder. 2,5 Kilometer Leder. Denn 5,5 Kilometer Chilicaik habe ich auch. Ich habe sie dann im Restaurant bestellt. Okay. Ich habe ein paar Prost. Ich habe mich noch selber gemacht. Irgendwie ist es noch ein Stück kalt. Ich mache mal die Heizung an. Das Fenster war auf. Weil meine Brüte so gebraucht hat. Verplanten braucht. Ich habe nämlich vorhin eine Pizza gemacht. Die Brüte vom Restaurant. Ich habe danach meine Ofenklappe offen gelassen. Und meine Einzelformung mit der Restwerke zu heizen. Irgendwie hat es mir im Kielstück runtergefallen. Und dann hat er auch noch wieder mit der Nase zu beißen. Dann fetzte er auf. Und kein Ofen. Herr Jonas, was war das? Puh. Ich fände gerne Raucherkennung an. Das ist sehr lang. Alter, das ist so schönes Wetter. Alter. Ich fiel lieber draußen. Das hätte ich besser. Ich sage, okay. Ist mir eine Latte. Ich habe meine Jack Bulls. Und wir haben ihn draußen zu Hause. Das ist ja immer eine Latte. Angekommen von der Klasse. Da haben wir zwei Freunde. Michael Lassen. Sie fangen an über Politik zu. Erdogan. Und so ein Jan Oberland. Genau. Politik fangen wir überhaupt nicht an. Du musst uns spielen in der DDR. Da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Aber es ist deshalb die Politik. Dann kann ich Zehnung machen. Ich bin jetzt daraus. Ich habe auch nur meine Güte zur Gemeinde gespendet. Gucke ich auf die Uhr. Es ist schon 13.00 Uhr. Morgen. Ich habe eine Wirtschafts-Idee. Was soll ich euch da? Ich meine Wirtschafts-Idee. Na egal. E-C-P ist. Jetzt zeige ich euch nicht. Und jetzt brauche ich jetzt noch mal einen kleinen Sekt. Ich gucke in den Wirtschaft. Juhel von Japan. Boah. Die haben so recht, ne? Keiner macht mir einen Freund. Da habe ich ja nicht fisch. Der Wetter ist ja. Wo ich denke, er hat gesagt. Boah. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur noch diesen Magen von Leben, ne? Um mir in die Beute zu nehmen. Und ich frage mich auch. Warum ich den mich einfach so richtig mache? Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Ähm. Na egal. Einmal geht ja nicht nur bei dem ersten Müll. Das macht es sonst immer richtig. Der letzte Mann macht auch nicht andere Seite. Sonders richtig. Ich mache mich jetzt hier mit der Drückung. Bei der jetzlichen Zahnbürste auf dem Raum. Ich habe die beste. Und auch fünf Applikationen. Und ich habe ein geschütztes Geburtstes Geschenk. Hamala 10. Noch kurz Fifi. Ich vergesse nicht wieder die Kälte. Die Hände waschen. Ich habe auch keine Bock auf keine Sache. Weil sie kurz Warnung aufgelassen. Ich habe geschütztes in das Zwiebische. Was gehört einem alles zu? Habe ich mir ein bisschen wirklich drüber lachen nachher. Weil die Leute das ja nicht in der Wirtschaft gibt oder so. Wie geht es denn mit? Und mir ist es ganz schön kalt. Ach ja. Das Fenster ist dann aber auf. Na egal. Da kann auch noch was bestehen. Aber da scheiß drauf. Wie heißt das immer noch ein Blödsinn? Das war. Verblühten. Verblühten machen wir die Fernseher an. NTV zu einschlafen. Als Leute auf der Portage haben wir ein bisschen gemangelt. Das war ein deutliches großes Maßstum. Ertrag. Kostanstieg. Ertragsmangel. Alter, was ist denn das? Aber ich habe jetzt ein bisschen überladen. Das waren scheinbar irgendwie Probleme der Realwirtschaft. Jedes ist eigentlich die Muskar. Keine Ahnung. Ich wollte die Augen zu. Und langsam stimmte ich rein. Und das Publikum von der Natur erscheint. Und ich frage mich. Wann klingelt eigentlich direkt um acht? Du soll? Nein. Du sollst öffnen gehen.